Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Spontanprojekt, nämlich Let's Play Mario Kart Wii. Dieses Let's Play wird 8 Parts haben, denn ich zeige euch jetzt alle Cups, also alle 8 Cups im 150er Raum. Ich bin dazu gekommen, weil mein Glitch-Projekt, oder mein Glitch-Video kam ziemlich gut an, also habe ich mal gedacht, machen wir mal, zeigen wir mal alle Cups von Mario Kart. Ich werde in jedem Cup einen anderen Fahrer und so nehmen. Wir beginnen dieses Mal mit, mit wem beginnen wir? Nehmen wir Waluigi und das Wario Bike. Wir beginnen ganz spontan mit dem Pils Cup. Ich bin jetzt nicht der beste Mario Kart Wii Spieler, aber ich werde versuchen immer einen Pokal hinzukriegen. Renn 1, Luigis Piste. Ich hoffe die Qualität mit der Kamera ist jetzt in Ordnung, aber es wird schon so werden. Oh, das fängt ja schon mal gut an. Ach du Kacke, das kann ja was werden, vor allem das 150er Cup ist. Oh, drei Pils auf dem letzten Platz ist natürlich immer das beste Item. Aber es wird schon werden. Ein Kugel will ja auf Platz 8, das geht. Okay, da ich weiß, das Blitz ziemlich häufig vorkommt, setze ich ihn mal ein. Und lande damit auf Platz 3. Platz 2. Oh, okay, ich sollte nicht in die Kamera schauen, wenn ich fahre. Ähm, ja toll, das Fähgeschenk bringt mir jetzt... Ah, ich setze es einfach mal ein. Verdammt, ich hab doch geschüttelt. Der Poplar kam einfach unerwartet. Wow, das nützloseste Item aller Zeiten. Ja, nee. Das behindert so gut wie nie, dieses scheiß Blooper-Teil da. Ah, ein roter Panzer, hm? Ja, der plocken wir mal. Mal schauen, ob das irgendwas wird. Bis jetzt sieht es ja noch ganz in Ordnung aus. Oh Mann! Hey Mann, was soll der dreckig? Ich hab geschüttelt. Bördo. Ja, ha! Bördo fährt... Oh nein. Komm, 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 triff doch. Okay, von allen Bananen. Vor allem Tilly. Was will der? Okay, er ist bananensüchtig. Okay, Zweiter werden wir. Wenn Bördo jetzt keine Scheiße baut. Und Bördo baut keine Scheiße. Leider... Na gut. Es wird schon werden. Weiter geht's. Nächste Rennen. Die... Kumu-Beide. Eigentlich eine recht nice Strecke. Wenn man Goldpilz hat, ist man hier echt perfekt. So, diesmal werden wir aber keinen Gammelstart hinlegen. Wario-Bike ist irgendwie mein Lieblings-Bike. Ich weiß nicht, warum. Und beim Schafdriften, denn es ist der Kamek-Knaller. Bowser-Bike? Hm, naja. Ja, okay, diese Pilze hätte ich jetzt schlauer einsetzen können, anstatt hier. Och, du Scheiße. Ja, ich mein, sowas. Was, der hat eine Wolke gefabbt? Na, das war klar, dass er mich erwischt. Nimm du sie! Nein, kein Stern-Heini. Oh, natürlich krieg ich kein Item. Wow, ein Glück hat er mich jetzt nicht... Ach, du Scheiße. Was war ich denn hier für Dreck zusammen? Verpisst euch. Nein, nein, nein. Boah. 19er, 10er, komm. Das Gute, ich kriege jetzt bestimmt nur das Item. Wenn ich jetzt drei Pilze kriege, dann bringe ich euch um. Yeah! Da kann man jetzt einfach perfekt durchfahren. Aber sowas von geil. Und... Da lag doch gar nichts. Hä, was sollte der Dreck? Alter, was soll denn der? Nein! Boah. Ich will nicht schon wieder Zweiter werden. Oh, blauer Panzer. Nice. Eigentlich hasse ich dieses Item. Aber jetzt ist es gut. Weil ich ja nicht Erster bin. Oh, der hat auch Wario-Biker. Nimm. Na, soll ich es jetzt abfeuern oder nicht? Na, jetzt lebe ich es lieber zur Verteidigung. Boah, nicht die Kühe! Verdammte Drecksscheiße. Oh, Junge, was soll denn der Scheiß? Oh, jetzt kriege ich einen Pilz. Ja, doch, als Wirtisch ist das noch normal. Komm schon! Ach, verdammte Kacke. Nein, immer noch Zweiter. Scheiß. Oh, ich bin sogar Erster. Na, toll. Die 60 Punkte kriegen wird garantiert nicht mehr. Das ist ja auch klar, irgendwie. Pilzschloch. Das dritte Rennen. Geht schon. Geht schon. So. Und. Wir sind eigentlich die besten Sehbewusst. Ich glaube, König Buhu und Birdo, oder? Oder war Birdo nur durch Glück Erster? Keiner weiß es. So. So. Dann hier nicht. Dann machen wir hier wieder. Und hier noch eine Drift. Oh, verdammt. Das ist Offroad. Dann hier. 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 Keine Stunts machen. Sonst fliegt man zu weit am Ende noch. Dann hier aber wieder. Und. Nein, nicht in die Richtung. Alter, was soll denn der Scheiß? Nimm du aus. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Verdammt, verdammt. Nicht dagegen. Nein, gut. Warte, ich bin erst dritter. Na, das ist nicht so gut. Nein, nicht in die Banane. Das ist nicht so gut. Fett, sagt. Das Fählgeschenk ist gut platziert. Komm, weiter rein. Ach, das war ein Pilz. Ach Gott. Aber dann wäre ich jetzt ein Stunt ausführen sollen. Sag mal, was will ich mit einem grünen? Ein Pilz wäre es gut gewesen. Soll ich mal vielleicht nicht in die Scheiß-Gumba? Aber irgendwie war ich auch trotzdem noch Scheiße. Ja, natürlich. Ich tue mit meinem grünen Panzer meine eigene Banane umbringen. Das war eh nicht schlau, dass ich jetzt nichts mehr zum Verteidigen habe. Okay, das mit dem Verteidigen hat sich geklärt. Sag mal, ich werde anstatt immer... Alter. Was soll denn der Scheiß? Nimm das! Oh, ich hab sogar getroffen. Komm, Goldpokal, wirklich schon. Also, meinen Rang will ich gar nicht wissen. Und dann abkommt Todsfabrik. Ich mag die Strecke. Ah, verdammt, das sollte man kein Stunt ausüben. Aber hier. Hätte ich jetzt einen Pilz, wäre es perfekt. Aber vielleicht kriege ich ja doch noch einen. Oh ja, ein Blitz, das erste Mal, oder? Komm, den kriege ich noch, den kriege ich noch, den kriege ich noch. Und den auch noch. Ach, verdammt. Wieder zwei da. Was soll denn der Scheiß? Oh, Rosalina war schlecht, ist gut. Wie viel... Rosalina, König Buhu und Birdo, okay. Aber irgendwie entwickelt sich es zu so einem Trend, dass ich gerade immer Zweier werde. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Naja, auf jeden Fall besser als sonst meine Ergebnisse, so. Naja. Und die Todsfabrik, die letzte Strecke im Pilzgab. Was wird hier passieren? Also ich schätze mal, bei mir war es bis jetzt immer so. Die ersten drei Rennen waren in Ordnung. Und dann kam der größte Fake, nimm das. Natürlich, natürlich, das war doch irgendwie klar. Hey. Hey, warum habe ich jetzt keinen Stunt ausgeführt? Ach, ich beschwere mich einfach gar nicht mehr. Dann wird es vielleicht einfach mal ein bisschen glücklich. Was ist das als Sechster ein Goldpilz? Das ist gar nicht mal so übel. Ich glaube, ich habe den eigentlich jetzt schon eingesetzt. Okay, weil ein Blitz kämen könnte. Kämen könnte. Ja, doch, das ist richtig. Das war, ich bin erst noch. Und er hat nur Scheiße geworden, König Buhu. Er hat es nicht zu verteidigen. Alter. Oh. Okay. Nein. Ich meine, bin ich drüber gekommen durch den Scheiß. Ich hasse es, wenn alle auf einer Strecke sind. Da rammen sich alle zu Tode. Warum ramme ich gegen irgendeinen Scheiß immer? Ja, natürlich. Deine Oma. Nimm du's, König Buhu. Nimm du's. Ja. Und er kriegt noch so einen blauen... Hey, da hat mich nicht berührt. Nein. Du. Du Spacken. Jetzt mal ganz ehrlich. Nenn mal so ein Turbe. Hey, natürlich. Hey, natürlich. Natürlich. Na ja, natürlich. Jetzt kriege ich einen Stern. Das bringt mir hier gar nichts. Oh. Ich nehme alles zurück. Oh, und sogar noch einen Kugelwilli. Den machen wir jetzt, solange alle noch klein sind. Komm, hau noch ein paar weg. Wer ist die dritte Runde, wäre es jetzt scheiße. Eigentlich habe ich nicht die Wolke von denen gekriegt. Pisst euch. Ich bin hier wahr, Luigi. Nicht ihr. Komm, kriege ich irgendwas gescheites. Ja, Pilze. Na gut. Besser als nix. Ah ja, ich knall ja immer noch gegen so eine Scheiße. Wer ist eigentlich her? Hallo? Hallo oder was? Nein, Rosalina ist eigentlich das zu sein, oder? Wer ist eigentlich das? Er doch, das ist Rosalina. Ja toll. So dumm bin ich jetzt auch wieder nachher. Nimm das. Ein Pilz, na? Nimm das. Oder Rosalina, hm? Den Pilz hebe ich mir mal noch auf. War ziemlich gut, den aufzuheben. Sag, fertig. Erster Goldpokal sicher. Wadoiji, yeah. 51, 6, nein, 9 Punkte. Wenig als... Als es die Maximalpunktzahl wäre. Naja. Nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. 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 So, was haben wir denn? Haha. Oh je, wie ne. Geil. Der zweitschlechteste Rang, den es je gegeben hat. Gut, Leute. Das war's dann mit Part 1. Wir sehen uns im nächsten Part. Mit dem Blumenkerl. Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020